Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Tausende von Pilgern werden bald in Krakau eintreffen, um am Weltjugendtag teilzunehmen. Wir freuen uns ebenfalls darauf, Papst Franziskus zum ersten Mal in Polen begrüßen zu dürfen. Wir erwarten eine Feier von Jugend, Freude und Gebet. Das wird für uns ein besonderes Treffen an einem besonderen Ort sein. Christen aus aller Welt werden die Stadt besuchen, die unserem heiligen Johannes Paul II. so lieb war. Danach werden die Pilger in ihre Häuser zurückkehren, mit erneuertem Glauben, voller Energie und schöner Erinnerungen. Ich hoffe, dass sie hier neue Freundschaften schließen und sich vielleicht auch in Polen verlieben werden. Wir erwarten euch mit offenen Armen und offenen Herzen. Treffen wir uns in Krakau.